Ein Ford Tourneo steht hier zum Verkauf. Neun Personen haben in diesem großen schwarzen fünftürigen Windplatz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 29.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der VIN bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt einer Leistung von 125 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis bei unserem